Hallo Leute, herzlichen Glückwunsch! Mit einer weiterer Folge von Mario 64. Das war's für heute. Und... Ja, ich hatte ein paar Fehlern. Der Mann hat dich hassen, Elgato. Du bist kriminell, weil... Wie gesagt, ich habe vier Sterne gesammelt. Das ist schon am Wasserlevel. Die Sterne gesammelt. Zwei Sterne. Das ist schon ein... Für den ersten Stern. Und ich bekomme dann eine zweite Sterne. Bei dem ersten ist das... Ich werde ein bisschen den Aal aus dem Boot gehen. Dann da gehen. Und dann da kuturen nochmal. Na bla bla bla. Beim zweiten muss ich einfach den Aal nur schwammen. Weil uns im Schwanzer sterben. Und die letzten zwei Hundescheibarnen gesammelt. Dann muss ich auch keine Boxen machen. Weil... Scheiß Elgato. Muss ich so machen. Und... Ja. Dann war ich Sad Panda. Und ich zocken einfach weiter. Weil... Ich kann einfach nur noch nicht. Ich muss nur noch drücken. Keine Kleid fortfangen fahren. Ich habe sowieso die meisten Zeit verloren. Ähm... Schon die Menschen Zeit. Wir sollen dann mal voll... Scheiß rausfahren. Wenn wir schon an das Boot kommen. Das war die Menschen Zeit. Ich denke, sie sind irgendwie nicht lang. Und ja... Scheiß drauf. Scheiß drauf. Ich muss abhöhlen. Ich muss auch mal das rausbringen. Was ist das denn? Das ist ein Stoff für mein Oh Mann. Hihihi. Das ist ein dicker Cheater. Ich weiß. Mal scheiß drauf. Ich muss mal das eben nur... Relaxieren. Und versuch mal, wenn das nicht geschieht wäre. Hm... Na egal. Egal. Kaum auch wiederkommen. So wie bei James Bond. Weil... Wenn da die letzte Part gesehen hat... ... und... Fehler an sich in denen. Dort Soundfail gehabt. Und ich die Cut müsse mache. Weil ich gesteert habe. Und ich habe noch ein bisschen langer Cut gemacht. Und dann habe ich schon weiter aufgeholt. Dann... Dann... Schaunfail an. Ja. Das war... Warte dumm. Bin ich ein bisschen drübschnippeln. Und dann... Da sind die einfach damals an der Missionen. Und dann... Da sind die Missionen nicht gepackt. Das werde ich gesehen worden. Schaut mal ein bisschen abhöhlen. Ich gucke und vielleicht chillen. Schaut mal ein bisschen ab. Am besten Fall. Ich habe 3 Parts. Feierparts. Und abhöhlen. Vielleicht auch 5, vielleicht auch 20. Vielleicht auch 1 Million. Ich weiß es nicht. Vielleicht... Für die nächste... Von der Vorhine oder so. Aber ich weiß es nicht. Ich bin aber nicht gut. Ich habe noch zwei, ich hab noch drei. Bis zu sechs Parts, ich hab noch drei, drei. Bis zu sechs Parts, ich hab noch drei. Wann ich will, wie immer. Ja, schnell, jetzt ist ein bisschen los. Ich hab noch keinen Bock, Schamme zu lehren. Das ist gut. Ich habe noch ein paar. Ich lehre noch mal eine Artprüfung. Dann bin ich genug Zeit, weil ich maximal zwei Stunden lehren. Wo dann vielleicht nach zehn Minuten noch geschafft geht. So, 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 so lehren. Ich lehre noch zehn Minuten, da meine ich nicht. Kriminell, ich weiß. Es ist so kriminell, ich weiß. Oh, mein Gott, ich hab schon mal. Ich will, wenn alle gute Münzen an sammeln. Ich meine, ich lache jetzt, wenn ich die roten Münzen muss er sammeln. Ich meine, ich habe alle gut die 100 Münzen an zusammen. Das ist viel mehr relax. Wenn schon Münzen muss er sammeln. Hör! Ich weiß nicht mehr. Ich meine... Ich meine, ich kann einfach rauslaufen. Oh, ein dicker Hacker. Hell yeah! Komm, 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 komm. Jetzt können wir dann skippen. Das dauert einfach viel zu lang. Ja. Ich lebe mir dann für den... den Jump zu machen. Den Crouch Jump. Oh, das war's lauer. Ich kann nicht die... Die... die in schlatspläder ich noch gucken wie ein jeff major und scheiß two best friends das gucken ich nicht vielleicht noch ein bisschen nerdcube weil ich die fronten an denen aber voll korrekt das fand ich aber cool das sind sicher den ich wollte ich noch gucken sogar animes gucken ich nehme das kriminell ich gehe sogar von einem kollege gezwungen und schon erklärt so muss man für mich zwang selbst zu gucken dann davon scheißen ja kriminell ich bin einfach zu faul das alles WTF wie kommen wir in 100 männer? das ist ja unmöglich ich gehe schon zu töten damn hallo wow ich kenne extrem viel damn boi bleiste bleiste stehen so merci Hey, hey, troll. Oh, cool, schön, skip high. Oh, cool. What the fuck? Was ist das so schnell? Okay. Hacker. Ich glaube, wir haben das schon mal 50 Meter sammelt. Was ist das? Was ist das? Was ist das creepy? Oh, cool, ich kann hier so farmen, wenn es einfach 50 Meter wie Mullen. Alle sind, oh mein Gott, ich bin kein Bock mehr. Wenn es verschwunden einfach. Ich bin doch nicht mehr genervt. Ich denke, ich bin so ein Drumflame. Ich denke, die Menschen sind sowieso an der Luft. Oh mein Gott. Obwohl, da gibt es extrem viele Gäste. Ich glaube, es ist bestimmt einfach alle gehören mit 50 Meter oder so. Okay, die lässt sich schwenken die Stärzeile für... ...zu öhm, mit dem Sand zu sammeln. Oder du? Wenn die nicht das sein, dann. Da dürfen wir manchmal eine andere Stär. Hm, kann gut sein. Hm, ein Fehlsteinschein. Schön erkennt... Obwohl, ich weiß nicht. Tun ist schon eine Stunde Stärer gesammelt. So ein Kurzzeitgedächtnis, ey. Das ist nämlich schön. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich Scheibe habe. Vielleicht kriege ich einfach Gwenech und dann bin ich getrollt. So ein kleiner Hausfleisch. Vielleicht lerne ich einfach, eine Stomp für den... ...den... ...den... ...Sakado zu befreien. Für den Hidenhai. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ich schon erzählt bin. Man könnte noch einen kleinen Skipp mit der Bombe und dann kann man durch die Mauer laufen, ...für die Stärze kriegen. Es geht noch mehr schnell wie... ...doh, wie Mell... ...doh, wie Mell... ...doh, den dann schlungen. So mein ich Speechmann, er hat immer. Jupp, so mein sie das. Oh mein Gott. Das war ein gutes Deutsch. So, ich meine, ich... ...ich muss heute... ...die Flille-Kolle... Oh, so ein Geilchenes. Alles schöner sammeln. Ich brauche dann aber... ...und dann sieben davon. Scheiße. Cheat-Mod... ...Kanonen-Korolan-Verhöhlen... ...und dann kann ich flähen. Und dann... Ich meine... ...dürfen die Mächte sind. Das ist ja schon. Das ist ja schon. Bestimmt, da ist ein Hidern. Oh mein Gott, da sind da drei. Drei sind sich gut. Das ist besser wie Nashed. Oh mein Gott, ich muss mich eigentlich... ...Krinade sind. Kriminal. Ich meine, ich kann Schreckhallen. Scheiße. Von der Schrift. Oh nein. Flähig. Von der Schrift. Merci! Oh mein Gott, ich habe viel Möns. Okay, nice. Und für viele Wasser gehen wir schnell alle in die Sterne zu schicken. Also Möns zu suchen. Ich brauche zu suchen. Ich brauche zu suchen. Ich meine, die hat mehr in die Sterne, genau. Ich guck mal, wo ich die Flamen aus Fehlheih alle gut meins zu sammeln. Oh mein Gott, könnte ich vielleicht auch noch ein Stehen? Das wäre interessant. Oh mein Gott, Flamenheih ist kriminell. Kann ich zum Beispiel nicht. Oh mein Gott, das ist kriminell. Kannst du ein bisschen rauszoomen, das wäre schön. Oh, du sind so. Konzentrieren, weil das geht mir schon selbst, um zu sagen. Kriminell klingt einfach so ein Geschenk für zu buffern. Also von uns schon lesen sogar. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, WTF. Ich bin doch gemerkt. So, ich mach dich hinein, weil Dörfer sind aber gut zuhören. Ich mag Geld. Ich war doch noch fehlend, russisch. Ich bin ja der Fan, aber nicht in Ginzland weit fahren. Ich bin ja der Fan. Oh mein Gott, ich dachte, ich soll gut nicht halfrauber sein... Ah nein 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 nein. Ich mag nicht. Ich mag nicht. Ich mag nicht να ich nicht mehr. Oh damn it. Das sind so einfach... Das bekommt noch ein bisschen und so. Du bist ein Kriminein. Sie sind schmankend sind die Menschen in der Dosen. Ich weiß nicht was ich kriege, wenn ich alle fliehe. Die sind natürlich gris geflüttet. Ok. Nehme viel. Mach vor der Mann, du sagst es uns. Oh mein Gott, ja, noch was ich zeigen. Ein kurzer Dräumer, dann gehe ich manchmal vielleicht bei uns reinverkillen. Außer es ist schön anfühlen, ob es dumm ist, wenn sie wundern, wenn sie sind. Mal scheiß drauf. Ups. Oh, das nervt so krass. Autsch. So, ich re-fuelte sozusagen 9k. Und da habe ich immer 9k. Ich weiß nicht, dass ich die Lash-Zang-In-Staff-Hutti machen kann. Falsch drauf. Ich will einfach Goombas killen. Goomba-Loombas. Oh mein Gott. What the fuck? Oh, verdammt. Das ist so kriminell. Es sind nicht so viele Sterne. Das ist kriminell. Es sind nicht so viele Sterne. Ich meine, ich gehe den Mann flähen durch. Ich nehme das für mich nervig, wenn ich die Rotmänner ansammle. Ja, ich meine das. Ich meine das. Ich meine das. Ich meine das. Ich habe keinen Bock mit zu flähen, weil das nervt mich. Was? Was? Es sind noch 12k. Ich meine das sind Schwertschrank. Ich komme sehr sicher, indem ich den Rotenstern wünsche. Ich meine das alle sagen. Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie viele ich empfehle. Denn heute habe ich mich empfehle. Ich empfehle noch drei. Weil ich nicht hoffe. Oder so. Ich sehe mal. Ich sehe mal, wann die Schnecke war. Ich habe schon gekriegt. Ich habe schon gekriegt. Oh mein Gott, nein. Ich bekomme nichts über mich. Oh, das geht so stark um Schnecke, wo man glühlt. Das ist echt ein Schnecke hier am Drum. Get over here. So manchmal muss ich alles für die Manifest und Nerve verschwitzen. Fährt das dann mit dem scheiß Schnee-Level, du? Alles voll mit Münzen, die ich ruhig ersammeln kann. Das sind immer zu viele Münzen an der Level. Das ist einfach nur Blut. Kann man auch sehen. Zwei golde Sterne. Du angeschickst noch einen dritten Kriminell. Die. Hm. Hm, 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 hm. Nope. Den drum mache ich nicht mehr. Dammit! Oh, nee. So muss ich mir das weg Schnecke vielleicht holen. Da manche den Laden hin und schaue noch einmal. Dann geh ich noch nur der Fluchding in die Hölle nach Verständnis. Ja, ich mein schön, die zwei an den... Oh mein Gott! Da geh ich den... der Wunderschmutter hier an und sammeln. Da gibt's Schill. Ja, ich mein schön, das auch. Ja! Huch der Schmarrt! Obwohl, ich mein, die Ärzte sind am Mauer sind da noch. Ich baue die Kuppe ein. Ich geh mal gucken. Ok. Das ist ja. Vielleicht... Ernst ist er an der Mauern, mein Schatz. Ne Raps. Oh ja auch neid. Kann ich auch die FOTY FÖREN. Yeah! Trolalalalalala. Ok, nach 3G. Oh! Geil Scheiß. Das will ich nicht. ja ja so logisch den vom flayer sichern ja das meine ich also das sind halt vier ja den anderen das ist ja okay so dass die von flayer herr die an der jungen schnaggern auf wird mich dann rauskriegen und nervt mich schlolo gibt es schon gar so und bleibt oben dann schmank ich dann alle gut die 100 münzen sammeln das ist schild jaja also danke sehr der hat dran und ich danke sehr alle gut die 100 münzen sammeln schmankt das nun schon alles oder nicht mit fehlt noch ein stern einstand Was ist denn der Start? Oh, Kriminell. Ich muss noch einen Kurs machen, ich weiß es nicht. Das ist ein Geheimnis, den einfach an der Mappler oder so. Oh mein Gott. Ah scheiße, ich will einfach fliegen. Hopp, und dann gehe ich den... Jaja, ausfiel ich dran, ich komme an die Flasche, ich komme an das Dinosaurier, ich werde das an den Bären schlafen. Also du bist rot von der Seite aufjumpen. Ich werde das an den anderen schlafen oder ich mache, man kann nicht nur hier sein. Ich werde das an den Bären gehören, ich werde die Flasche und dann normal sein kann. Ich werde das auch an den Schlafen rausholen. So, hier... Schmeckt euch das kein Heim. So, an sich möchte ich den Heim sicher gehen, das ist für mich einfach. Ah! Los, drauf, merci! 3 hoch und dann durch den Dengen hier und dann noch ein Droplarfen. Laufen schon vor Robo und ich lasse dich in Wetter, ich schwinge den Filter nach 3. So, ich schwinge den Aufpasskriminal. So, die Leute nach, und dann muss ich nach dem Bomben eine Dosischen. Ok, ich fange auf. Die Nächste. So, die nächste Nassai bei Manni. Ok, hopp. Yes. Na, manche sind jetzt am Gras da oder nicht. Ich weiß es nicht. Das ist immer. Also, jetzt hab wir wirklich nicht dürfen. Dann ist schon voll verpeilzt. Da geschieht, ob ich. Ja, schmeckt. Ok, da ist ein Baum da rein. Mensch. Schnauzt, vergesst das Kriminale. Ich fahre für drei Minuten. Oh my god. Ah, das ist die Nassai. Ok. Nice. Nice. So, ich bin eigentlich bei Manni. Die Part. Schnell, das ist der Herrmann. Dann bin ich bei Manni. Ich bin 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 bei Manni. Tschüss.